Das war gerade ein Gefühl von, mein Leben ist vorbei. Hey Fresh Family, was geht ab, was geht ab? Ich hoffe, euch geht es gut, Leute. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Leute, die Sonne scheint. Wie viel Grad haben wir jetzt aktuell? Sag mal, bitte. Schnell, wir haben, glaube ich, 32 Grad. 32 Grad, Leute. Schreibt mal genau jetzt, wenn ihr das Video schaut, das ist ein bisschen windig. Schreibt mal genau jetzt in die Kommentare, wie viel Grad ihr es gerade in Deutschland habt, Leute. Das interessiert uns. Freunde, wir haben was Krasses vor heute. Eigentlich wollte ich mit dem Motorrad unterwegs sein und ein bisschen für euch vloggen, wie ich Motorrad fahre. Ich habe auch eine Action-Kamera dabei, wo ich das auf den Kopf setzen wollte. Aber ja, keine Ahnung, der, der mir das geben sollte, ist nicht da. Deswegen ist es nicht meine Schuld, aber wir machen das Beste draus. Wir gehen heute was essen. Ja, wir zeigen euch heute eine Mall in Ghana, Leute. Haben wir uns jetzt gerade? Möchtest du das sagen? Wir zeigen euch heute eine Mall in Ghana. Und wie heißt die Mall, Kay? Achimota Mall. Genau so sieht es aus, Leute. Habt ihr gehört? Achimota Mall, Leute, wir nehmen euch mit und seid gespannt, was wir da essen. Das wird ein chilliges Video. Schreibt genau auch jetzt in die Kommentare, Leute, was wollt ihr alles sehen aus Ghana? Genau. Oder? Am besten jetzt in die Kommentare schreiben, denn wir wollen jeden Tag für euch Videos drehen. Unser Uber kommt jetzt gleich, ist er das nicht sogar? Wir haben uns auf jeden Fall ein Uber gemietet, weil unser Auto ist immer noch in der Werkstatt. Leute, Daisy hat eine App runtergeleitet. Wie heißt die App eigentlich? Boat heißt die App. Boat heißt die App. Und wann kommt unser Boot? Wir bringen es 30 Grad. Oh mein Gott, 30 Grad. Leute, ich muss meine Augen zuhalten beim Reden, Leute. Und unser Boot, guck mal, es sieht so heftig aus, Leute. Da steht, dass er in drei Minuten kommt und hier steht sogar das Kennzeichen. Und ihr seid dann richtig safe, weil man kann den sogar orten. Ui, das heißt, es kann nichts Böses passieren, ne? Das ist das. So, Leute, seid gespannt, wenn unser Boot kommt. Nehme ich für euch auf und dann sehen wir uns gleich. Peace. Unser Uber-Driver ist jetzt am Start. Es ist so windig heute, ne? Wow. Aua. Leute, ich bin maximal sauer. Das ist nicht geklappt heute mit dem Motorrad. Ich wollte fahren und wie gesagt aufnehmen und das Läse mich auch von außen aufhebehe, wie ich hier. Ich habe das auch gerne gesehen. Ich kann das gut. Vielleicht beim anderen Mal, Leute. Jetzt haben wir ein Problem, Leute. Jetzt müssen wir wechseln. Er kann 100 nicht wechseln. Er wartet, er vertraut uns. Oh, wir haben einen Tammbaum, aber keine Spitze. Wo ist denn die Spitze? Können wir das mitnehmen oder müssen wir hier trinken? Naja, wir nehmen das. Okay, lassen wir kurz rausgehen. Oder warten wir hier? Ja, warten. Okay, Freunde, ich habe mir jetzt ein Geld gegeben. Ich stehe da. Ich habe mir das hier geholfen, weil wir haben keinen Wechsel. Das ist so wie Alsterwasser oder so. Ich gehe jetzt wieder zurück zu Daisy. Das schmeckt voll gut, Leute, ehrlich. Und das schmeckt richtig akronisch, wie Alsterwasser. Gar kein Alkohol drin. Delicioso. Das schmeckt echt süß, ne? Spielzeugparadies für Kinder. Oh, was? Wow. Hier ist auch schön weihnachtlich alles gemacht, ne? Leute, das sieht echt schön aus, ja? Echt schön. Was willst du da? Ich wollte einen Tee oder so, ich glaube. Können wir ja später machen. Hey, huste, Leute. Ich hatte ja, kannst du auf mich zeigen? Hallo? Ich hatte ja Covid-nah und mein Husten, der tut so weh, Leute. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, dann schreibt mal bitte in die Kommentare, weil ich habe hier richtig Schmerzen im Brustkorb. Und was hast du da noch? Schleim, ne? Und der sitzt so fest und der kommt nicht raus und ich brauche irgendwas, damit ich das rausholen kann. Chicken in, äh, Chicken in Pizza in Kid Zone. Richtig geil. Das ist auch noch ein Spieleturm. Das ist auch noch ein Spieleturm, ne? Komm, wir gehen jetzt mal rein. Ja, ich habe Hunger, Leute. Sehen Sie, entweder wir bestellen hier. Die Pizza ist sehr groß. Einmal hier oder hier. Schmeckt auch richtig lecker. Ja, hat das Burger, das nicht schmeckt? Ja, dieser Chicken Burger war nicht schlecht. Äh... Auch wenn du mit dem Salat, oh ja, das war... Was, Sharing in Box? Sharing in Box. Okay, please. One, one Sharing in Box. Also, Leute, man kann hier Cookies and Cream, Cookies and Cream bestellen, Erdbeeren und was noch? Ne, Strommel ist ja Erdbeeren. Cookies and Cream und Vanille, ja, genau. Wir haben ja zwei von denen jetzt genommen. Zwei Mal Pommes, ein Getränk. Das ist noch 80. 80. Zwei Chicken Burger, zwei Chips, zwei American Cola. Das dazu? Oder für 65 da auch? Ne, dann lieber das. Wollt ihr eine? Ähm, Muisusa. Eine Pizza nochmal bestellen? Was hatten wir letztens? Pusht mit Chicken drauf. Ja? Katie sucht sich jetzt eine Pizza aus und wir lassen uns überraschen, okay? Okay, Katie, lass deine Pizza aus und komm, geh jetzt, komm, such jetzt eine Pizza aus. Papa, ich will eine sehr große XXL Salami Pizza. Sagst du? Ja. Okay, was hast du nochmal bestellt? Hälfte Doofisch? Ja. Und die andere Hälfte Creamy Chicken, ne? Ja. Habt ihr bestellt? Ja. Sollen wir rausgehen? Wir können ja rausgehen. Lass mal gucken draußen. Draußen ist viel besser, oder? So, die Cam ist auf Cains Kopf. Und man sieht, wie der Typ das sauber macht. Richtig korrekt, er macht das sauber. Thank you, thank you boss. Ey, das müht alles sogar auf. Dein Stopp. Leute, ich zeig euch was. Ähm, wir haben hier Pizza, alles und das. So, Freunde, das ist echt nice, die Action Camp. Unsere Milchshakes sind da, wir haben einmal, einmal haben wir Vanille und einmal haben wir Strawberry. Haben wir Ebbeeren. Okay, jetzt probiert mal, ich sag mal, ob das schmeckt oder nicht. Das schmeckt. Vanille, ne? Welches findest du besser? Ich finde beide besser. Jetzt haben wir hier Strawberry und Vanille. Ich finde Strawberry ein bisschen leckerer, weil der ist so fruchtig. Und der ist nur creamy. Oh, lecker. Was sagst du? Also Strawberry schmeckt besser? Strawberry finde ich leckerer, ja. Okay, und du, was findest du besser? Ich habe noch nicht probiert. Dann probier mal Strawberry. Vanille. Ich finde Vanille ein bisschen leckerer. Du findest Vanille leckerer? Okay. Und jetzt Papa. Jetzt ich. Einmal Vanille. Vanillamilchshake. Und jetzt Strawberry. Vanillamilchshake kommt sehr, sehr gut, Leute. Und jetzt Strawberry. Welchen findest du besser? Hm. Ich finde Vanille irgendwie dickflüssiger als Strawberry. Strawberry kommt viel besser. Kommt besser, ne? Finde ich auch. Und du, Kate, was hast du gesagt? Vanille. Vanille, ne? Krass. Okay. Jetzt wird hier... 19. Okay. Jetzt wird hier gegessen. Mama, 19 und 19. Okay. Jetzt wird hier gegessen, Leute. Das sieht mega aus. Dieser Burger. Oh mein Gott. Weiß rein. Du musst reinführen, weil das ist unser Content gerade. Das wir jetzt probieren. Foodspot. Foodspot, Leute. Ich probiere das jetzt. Ich stimm. Mh. Boah. Der sieht auch mächtig aus. Sag ich dir ehrlich. Mama. Das hast du mir doch aufgegessen, wieder nicht. Mh. Oh mein Gott. Schmeckt echt geil, ne? Das Brot ist weif. Oh mein Gott, bitte nicht. Hallo? Sie haben sich so da verschluckt? Oh no. Ich hab auf Ernst dieses Stückfleisch in meiner Luftröhre gespürt. So ersticken Menschen. Boah, das war doll. Mein Lebensretter in der Not. Das war gerade ein Gefühl von... Mein Leben ist vorbei. Ich bin... Sechs von zehn. Sechs von zehn? Mh. Irgendwann später. Okay, jetzt Runde zwei. Das hier haben wir auch bewahrt für unser Hund. Immer alles für unseren Hund, oder? Der hat uns beschützt. Und jetzt die Pizza öffnet. Ja, wuhu. Oha. Also das ist ja eine fette Pizza. Ja, warte. Was heißt? Ja, ist heißer. Leute, ich probier jetzt erst mal die Krümel-Pizza. Okay, jetzt... Wir haben eine Seite Krümel-Chicken und eine Seite war was? Thunfisch. Leute, ich esse jetzt Krümel-Pizza. Sehr gut. Also du hast eine Krümel-Pizza bestellt. Ich probier die jetzt. Ich hab nicht nur die Krümel-Pizza bestellt. Ich hab nicht nur die Krümel-Pizza bestellt. Ich hab nicht nur die Krümel-Pizza bestellt. Das ist Hälfte-Hälfte. Das ist Hälfte-Hälfte. Krass. Das hast du echt gut gemacht. Check. Auf jeden Fall, Leute, wir beenden das Video an dieser Stelle, auch wenn es hier gerade etwas laut im Hintergrund ist. Die Pizza schmeckt bombastisch. Auch in Ghana gibt es Pizza. Für alle, die das gefragt haben... Auf jeden Fall, Leute, falls ihr Bock habt auf eine Pizza, die bekommt ihr in Ghana auch. Falls ihr Bock habt auf Pommes, Chicken, whatever... Alles ist hier. Ihr bekommt alles, was ihr wollt. Es gibt sogar ein Restaurant, wo es Pasta gibt. Und an dieser Stelle hoffe ich, das Video euch gefallen. Wir haben euch heute spontan mitgenommen. Haben euch ein bisschen die Mall hier gezeigt. Und ja, morgen geht's weiter. Achimata Mall ist das. Genau, Achimata Mall. Morgen geht's weiter. Schreibt uns in die Kommentare. Auf jeden Fall jetzt auch nochmal, was ihr unbedingt sehen wollt. Und dann checken wir das vielleicht ab. Und dann würde ich sagen, Daumen nach oben. Aktiviert die Glocke. Und dann bleibt das Video. Genau. Und dann tschüss. Tschüss. Bye, bye. Tschüss.